Moin Leute, herzlich willkommen zu einer kleinen Runde von Super Bunny Man zusammen mit German Let's Play! Hallo! Guck mal wie wir tanzen. Ja. Leute, dieses Spiel scheint sehr, sehr verrückt zu sein, aber auch richtig, richtig geil. Es hat richtig geile Bewertungen bei Steam und seit neuestem gibt es eine Co-op-Story. Ach, eine Story! Ja, ja, das ist richtiger Story-Mode, den wir zusammen zocken können. Ich gehe jetzt hier auf Online. Ich hüpfe mal zu dir. Ah, der bitte! Hey! Wir sind geil. Starting Game. Wir haben absolut keine Ahnung, wie das Spiel direkt funktionieren. Hä? Ach da! Wir können echt gut danzen. Oh Gott. Wurde es auch reingelutscht? Ja, ja, ich wurde direkt reingespießt. Komm mal her. Warte mal, ich bin der Pinke und du bist der Gelbe. Ja. Komm mal her, du. Ah, ich kann auch springen! Hilfe! Hilfe! So, warte. Okay, dann nach vorne. Ja, nach vorne hier. Ach so. Alter, wir können hier ins Loch. Ich überlege gerade, was der bessere mögliche... Oh Gott! Ja, ich bin weg. Ja. Das wird lustig. Das glaube ich auch. Level 1! Ja, wir haben Sachen verpasst. Eine Karotte und die Zeit. Ah, warte mal. Dann mache ich nochmal Restart. Wahrscheinlich hier hinten. Warte, lass mich mal durch, Alter. Ja, hier kann man so perfekt springen. Ah, hier kann man so perfekt springen. Warte, ich hole die Karotte. Oh, ich habe sie. Ja, und jetzt? Jetzt wieder zurück nach vorne. Warum geht die Zeit nicht weiter? Weil ich tot bin? Weiß ich nicht. Ich kann hier grabben. Ach so. Mit LB. Oh, nein. Okay, kein Problem, Alter. Warte, ich will uns auch mal grabben. Ja. Ich will die Beute. Warte, ich kann dich glaube ich grabben. Ja, guck mal. Das geht... Was? Jetzt sind wir... No! Ah, und ich kann mich festhalten. Okay, warte. Ich habe es... Ich habe es... Und dann gehen wir hier wieder hoch. Alter, Junge, sind wir krass. Krass. Ja, aber wir haben doch nicht die Zeitkapsel. Ja. Vorsicht, nein. Ach so, ich dachte, wir sollten einfach nur schnell sein. Ah, das ist dann wahrscheinlich der Rekord. Ja. Weil es gibt... Steht da irgendwas mit Rekord drin? Mit 5 Sekunden oder so. Time Attack. 5 Sekunden. Ja, Tatsache. Okay, restart. Danke. Hui. Ach, das Portal verschwindet. Ah. Hä, wieso verschwindet ihr das? Ja, weil ich tot bin. Es kann nicht so schwer sein. Ja, ey. Kann auch nicht. Ich habe es ja schon mal geschafft. Alter, was tue ich? Ich kann halt nicht. Wow. Ja, 7 Sekunden. Mist, Alter. Nein. Ja, ich habe es. Ja, toll. 6,63. Fast. Ja, wenn du mich nicht wegtreten würdest am Anfang. Ah, jetzt bist du vorne. Ey, jetzt ist dein Weg. Jetzt, ich bin drin. Ich bin... Nein. Ach man, das kannst du dir keinem erzählen. Aber das ist gutes Training. Ach so, wir sind jetzt schon im zweiten Level. Ja, wir machen das gleich. Oh Mann. Ich bin schon mal drin. Neuer Rekord. Ich will ja was suchen. Ja, okay, dann suchen wir. Hey. Oh Gott. Hilf mir. Benjel. Ich helfe dir nicht. Schüss. Ja, ich habe mich selbst befreit. Nein. Harte, ich spring. Okay. Äh. Hat nicht so gut funktioniert. Wir müssen wieder, äh. Okay. Karotte. Äh, was? Ach so. Oh Gott. Ach so, jetzt bist du ja auch der. Hilf mir, Brodi. Wir haben die Farben geswitcht. Oder bist du das? Wie? Ne, ich war doch immer, ich war immer pink. Ach so. Oder? Ich dachte, ich werde das. Ja, ja. Ich war gerade verwirrt. Ja, okay. Ich bin direkt schon rein. Alter, Welt... Was? Was war das denn für ein Weltrekord? Alter, die Steuerung. Äh, komm, einfach rein. Einfach rein. Weltrekord. Ja, aber warte, wir müssen noch fünf Sekunden. Sieben. Brauchen wir wieder fünf? Was ist der Rekord? Vier. Ja, das schaffen wir. Komm, lass erst mal das machen. Okay. Oder, nee, das zählte schon, weil einer von uns drin war, oder was? Nein, aber, nee, dann hätten wir ja nicht den Dingens bekommen. Wir haben doch hier nicht den, den... Wir haben genau den Rekord. Alter. Jetzt müssten wir nur noch in diesem Level mal... Die Karotte finden. Ja, okay. Einfach nur das Schaffen darüber. Warte. Warte. Ja, ja, aber wie? So? Ja, nicht zu zwei. Nein! Warte! Ja, sehr gut. Ich kann es ja noch holen. Ich schnapp mir die Beute. Ja, da ist sie. Ach, ja, ich... Was hab ich denn gemacht, Alter? Ach, stopp! Alter, das war so ein Rekord gerade. Wow! Alter, nice! Nein! Danke. Ja, nicht schlecht, Brudi. Okay, komm schon. Jetzt... Wir haben noch zwei... Zwei Tries. Warte, ich muss jetzt mal hier ein bisschen ran. Oh, oh! Ja, warte. Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Warte, ich mach. Oh, scheiße! Ja, gut. Schaffste. Ah! Sehr gut. Red ich. Mann! Okay, zwei Tries noch. Okay, sehr gut. Warte, pass auf. Ja, ja, genau so. Genau so wollte ich's. Oh, nicer Jump, Junge! Danke. So, jetzt nicht übermütig werden. Ja, ich will ja Graham. Ach, Graham, geht da gar nicht auf der anderen Seite. Ich dachte, das wird auch gehen. Ja, die Cowarder kannst du aber graben. Ja, nee, klar. Ich meinte gerade auf rechts. Aber es geht nur links. Ach so, ja. Ja, sehr gut. Roll dich zurück. Ja. Dann haben wir es zum ersten Mal geschafft. Wow! Oh Gott. Ja. Jawoll. Nice one. Kriegen wir jetzt irgendwie eine extra Belohnung? Ja, eine Münze. Sehr gut. Next Level. Was ist das hier? Das ist die Pils. Warte, warte. Halt mich. Oh, halt mich. Ja, lass mal festhalten, genau. Ja, komm. Warte, falsche Taste. Ja, halt mich. Jetzt, komm. Ich bin noch nicht weg. Halt mich doch. Oh, toll. Okay. Ja, sehr gut. Ich hab dich auch in Hand. Oh, ist das schön. Guck mal, so können wir durchs Level rotieren. Oh, oh. Oh, ja. Ja, kein Problem für uns. Und immer im richtigen Womit hüpfen. Komm. Drüber, drüber, drüber. Nicht reich. Nein. Ja, aber komm. So spannend ist es jetzt nicht, die Karotte noch zu holen. Ja. Dann lieber neue geile Level. Weil ich weiß auch, dass es irgendwann Schnee-Level und so weiter gibt. Wow! Willi, hilf mir! Willi, bitte, du musst mich retten. Nein. Ich glaube, du musst mich retten. Ich hab mich befreit. Komm her, geh auf meine Füße. Ja. Jetzt. Ja, ja, ich hab losgelassen. Ja. Rette mich. Jawoll. Ey, ey, geil. Nein, nein. Warte, wir können direkt die Karotte. Ja, 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 ja. Brudi. Zack. Rein mit der Karotte. Bloß die Zeit haben wir nicht geschafft. Egal. Aber es wäre auch 11-6-0 gewesen. Ja, das finde ich auch. Äh, wo war es da links? Hoi! Hast du das gesehen? Ja. Tschüss. Alter, Kamera! Ja, warte, ich roll wieder zurück. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, scheiße! Und? Nein! Äh, gute Zeit. Ja, jetzt hole ich es aber. Ach so, ja, okay, hol es. Hoi! Ui! Zack, da bist du. Geh weg! Ja. Meine Karotte. Ne. Nein! Nein! Ja, meine! Sind wir geflogen? Ich will diese blöde Karotte. Ich gehe nach vorne. Oh, ich habe sie. Wie skillig war das denn jetzt? Ich komme. Oh Gott! Nein! Komm, Benni. Oh, hier müssen wir vorsichtig sein. Ach, muss ich vorsichtig sein. Ich habe noch nicht das richtige Timing. Ey, lass mich los. Kannst du uns rüberbringen? Ne. Warte. Pfff. 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 Ne. 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 Mann! Lass mich aber los. Geh weg. Ich will die Karotte nicht nochmal holen. Schaffst du wahrscheinlich auch nicht. Ich mache nicht den. Ey, ich sehe nichts. Ne. Ne. Das bringt dir nichts mehr, Mann. Ich weiß. Es ist so warm in meinem Zimmer, Alter. Das schreien, wenn die runterfallen. Okay, ja, ich helfe dir. Dann lass mir einfach Ruhe, bitte. Ja, ich helfe dir doch einfach nur. Ja. Ich bin auch. Ey! Boah! Oh Gott, ich habe die Karotte verloren. Au! Nein! Ey! Warte, ich komme. Ich habe die Geräusche. Warte. Ich habe, warte. Halt die? Ja? Ja, sehr gut. Okay, es kommt. Ja, ja, ja. Sehr gut. Sehr gut. Ne. Hahaha. Warte. Ich raps. Nein! Die Karotte! Warte! Ja, warte doch! Warte, die Karotte! Ja, dann komm! Oh Gott! Nein! Krieg uns hoch! Wie lange können wir denn daran sitzen? Wie eine Schein Karotte, Junge! Ich hole die jetzt. Lass mich einfach nur. Lass mich einfach nur die Karotte holen. Bitte. Oh, Alter! Genau, chill da. Okay, geh einfach vor. Alleine. Jeder für sich. Okay. Aber das große Problem bei mir... Oh! Ah! Du... Wie war das nochmal jeder für sich, Alter? In der Karotte. Nicht reintreten! Er tritt rein! Na komm, lass uns jetzt einfach scheitern! Ne! Ne! Nein! Nach all den Jahren kann ich jetzt nicht die Karotte da links liegen lassen. Das geht nicht. Ey! Wir haben so viel gelitten für die. Okay, ich warte hier. Oh! Oh! Scheiße! Nein! Halt dich fest! Halt dich fest, bitte! Ich rette dich gleich, ja? Ne, du musst nur ins Ziel. Du musst nur ins Ziel. Ne, ne, ne. Wir müssen beide ins Ziel, oder? Ne, ne. Doch, müssen wir. Es tut mir leid. Nein! 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 Reicht das jetzt? Na! Ach! Nein! Da war der Baum! Der Baum! Scheiße! Ach komm! Nein! Als ob so locker easy! Ey! Ach man! Ach man! Nein! Es tut mir so leid! Okay, ich hole sie und du rennst einfach ins Ziel vor, ja? Okay! Wow! Und... Wow! Zack! Jetzt bin ich drin, Alter! Jetzt mach es, Willi! Mach es! Ich mach es! Ich mach es! Für dich! Bring die Karotte nach Hause! Oh! Oh Gott! Ja! 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 Wir sind so gut! Unglaublich! Wie gut kann man denn spielen? Let's try! Easy! Oh, du bist ja wieder! Let's go! Wollen wir uns mal festhalten? Oh Gott! Oh, da sind Stacheln! Geht's da runter? Nee, oder? Oh, Alter! Alter! Junge! Die Karotte! Ne Karotte! Nimm sie! Ja, warte! Nicht mich! Ich nehme mich ein bisschen fest! Oh Gott! Hilfe! Oh! Nicht meine Füße! Er hat sie! Okay! Nur nicht da rein! Noch reingetreten! Mann! Alter, lass mich die Karotte nehmen! Ja, ich bin schon direkt weiter... Alter! Guck mal, ich bin auf dem Baum! Oh! Oh! Nicht da rein! Alter! Ey! Das... Alles gut? Scheinbar! Okay! Warte! Ich komme! Ey, nicht wieder! Nein! Oh! Du musst aufpassen, dass du davon nicht wieder abdotzt! Ja! Ah, okay! Du kannst aber easy going weiter! Sehr gut! In dein Gesicht! Guck nicht was da ist! Ich weiß was da ist! Ja! Ja! Mit der Karotte! Mit der Karotte! Alter Junge! Nice one! Wir werden echt besser! Ja! Okay Leute! Das war's mit der heutigen Folge von Super Bunny Man! Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr Bock auf mehr habt! Schaut bei German Let's Play, wobei das in der Videobeschreibung verlinkt! Und habt jetzt noch alle einen traumhaften Tag! Haut rein! Ciao, ciao!